Da muss noch ein Holz hin. Ja, wir haben ein Babyhuhn. Ein Babihuhn? Haben wir ein Babihuhn? Salz. Joho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt-Aua. Ich werde gleich sterben. Dankeschön. Ich bin Regi. Und zwar Bildcraft. Das ist so ähnlich wie Crafty Tech, ist aber keine Nachmache. Du wachst bei Skype. Ja. Die hier mit dabei sind. Er wachst bei Skype. Und ich würde sagen, Ladies first. Ähm, ja, was soll ich denn sagen? Ja, du bist. Ja, ich bin ein Bielephiler. Ja, genau. Jo. Ey! Also, ich bin Tiki, ähm... Also, ich bin Tiki, halt ein Mädchen, und sonst habe ich nichts zu sagen. Nein, 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 ich bin Tiki, ich habe dich nur einmal geschlagen. Ich habe dich nur einmal geschlagen. Boah, Leute, wer steht hier? Ich bin 2 ILP. Ja, dich kennen wir. Zeig jetzt statt. Ja, dich kennen wir. Ja, dich kennen wir, Jonas. Und jetzt kommt's. Marvin, wir stehen. What? Komm, Max, komm, erst mal schlafen. Ich bin Q, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Oh, schlafen, schlafen, schlafen wir denn? Max, ihr, ihr, hier, nein, nicht bei BTTV. Oh, ach, schreit nicht so. Nicht bei BTTV, Leute, schreit nicht so, dass du weh. Hier? Jonas Kuschelbett. Wohnst du hier? Komm in das Haus, wo wir alle drin sind. Max Kuschelbett. Oh. Max, ich zeige dir jetzt die Map, okay? Die Leute bilden hier ein bisschen was, und ich komme etwas später nach. Ach so, und ich bin übrigens König geworden. Max, warte, Max, bleib in diesem Haus, bleib in diesem Haus, bleib in diesem Haus. Ja, Regi trollt uns mal wieder. Ja, Max, guck mal, also hier ist unser Gemeinschaftsstaathaus. Warte, was stehe ich? Lest dir mal die Schilder durch. Okay. Regi. Diese Diurid, wer braucht Diurid? Die trollt immer. Die trollt immer, das ist wirklich so. Oh krass, ich habe Eisenschwert. Ja, das gehört Regi. Okay. Mann! Wer braucht denn Diurid? Okay, Max, kann ich dir weiterzeigen? Ja. Wer braucht denn das Diurid? Max, hier, Max, hinter dir, Max. Was denn? Also dies ist... Oh, ich kriege ein Eisenschwert. Nice. Max, dies ist das Wahlhaus. Geh mal rein. Hier. Hier wurde heute schon gewählt. Ja, du warst zu spät. Ja, aber Max ist der König, sozusagen. Ja, Max ist der König. Ja, Glückwunsch! Ja, den Wettwunsch, ich töte dich. Wenn du mich jetzt tötest. Und nun mal, Leute, das ist keine... Das war nur so Glückwunsch. Leute, das ist keine Nachmache von Craft Detect oder Hero. Wir haben das ganz frei erfunden, nun mal so, ja? Ja, genau. Also, Q ist jetzt noch nicht hier. Wo rein? Weil er hat noch kein... Ja, also... Ja, Max leckt gerade, ich sag's nochmal, weil ich hoffe, ich laufe flüssig bei euch. Ähm... Ja, also, ich hab noch keine Mannschaft, ich bin nur bei Städter dabei, aber nicht... Über... also nicht in diesen Mannschaft zu erweitern. Okay, komm, Max, ich zeig dir weiter. Max, komm hier lang. Hier ist unsere Aufgabentafel. Ja, und das mal... Das hab ich gemacht, Mann. Stadtlager bauen. Hör doch mal aus! Max, du meinst übelst hier. Max, komm weiter. Hier ist unsere Gemeinschaftsmine. Einsame Tiki-Mine. Hier ist ein Treeper explodiert hinter dir. Und hier ist unsere Einziger-Farm. Ich will hier drin wohnen. Du hast das hier vergessen. Okay, und hier ist unsere Farm, unsere mega geile Farm. Oh Gott. Die schon mal wieder gepflanzt werden muss. Kommst du raus? Ja, ich bin voll aufgeregt. Ich will dir alles zeigen. Hier ist unsere Farm. Oh, ich farme. Und das BTTV-Gefängnis hast du ja schon gesehen. Komm mit. Da kommt man da rein. Max, Max, kannst du? Hier, hier lang. Komm. Ich hab's da rein. Ja, und Max, ähm, hab jetzt eigentlich... Da hinten ist Regis Baumhaus, was du siehst. Das fette. Und ich zeig dir mal kurz mein angefangenes Baumhaus. Boah, ich kann nicht mehr laufen, weil ich zu dumm bin. Sprinte doch, geht doch. Ähm, hier lang. Hier in diesem verwinkelten Baum. Hier durch, weil ich hier ist mein verstecktes Baumhaus hier vorne. Hier kann man hochgehen. Oh, nein. Oh, nein, hier legt. Nein, 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 muss man irgendwas in einsteigen, ne? Oh, Gott. Was denn? Oh, Gott. Das legt ja richtig. Das Geld weg gerade bei mir. Er bei mir auch. Bei mir jetzt auch nicht mehr. Bei mir auch nicht mehr. Max, kommst du? Jetzt geht's. Ja, ich meine, ich meine, ihr. Die legt bei mir. Du legst bei mir. Hey, du bist eine leckende Frau. Gleich leckt mein Baumhaus. Hey, kommst du? Hier oben ist mein angefangenes Baumhaus. Alter, dein Baumhaus ist krass. Guck mal, Regi, Max, guck mal kurz hier. Regi möchte da vorne noch ihr Baumhaus hinbauen. Junge, wie gut kannst du verhörst nochmal bauen? Das ist alles gelegt. Oh, mein Gott. Es legt total. Da will Regi zu dem Baumhaus verbauen. Und komm mal mit auf die andere Seite, hier hinten hin. Hier vorne. Oh Gott. Da bei diesem Baum könntest du ja dein Haus vielleicht bauen, bei dem Baumhaus. Dann könnten wir so eine Baumhausgemeinschaft machen. Warte, ich gehe mal zurück. Okay. Oh, Leute, was ist los bei euch? Nicht schlagen, nicht schlagen. Wow. Nicht schlagen, nicht schlagen. Ich muss erst mal in zwei Gruppen unterteilen, dass es vielleicht... Er ist so bei mir auch. Das ist vielleicht nicht so lag, dass wir uns vielleicht in zwei Gruppen unterteilen. Ja, okay. Ich unterhalte mich mit Max, weil ich ihm noch weiter zeigen muss. Okay. Okay. Max, ich rufe... Max, ich rufe dich an. Leute, ich mache hier einen kleinen Cut. Oh, ein Erfolg. Nicht so wie bei Skyblock. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe einen Erfolg. Okay, kommst du? Erinnere mich an Skyblock. Hier, hier, bei mir. Wo bist du denn? Hier, über die Bäume, hinter dir. Achtung, andere Seite. Ah, da. Hier rüber. Ich kann keine Jump-In ruhen. Und dann gehen wir hier rüber, weil wir Assassinen sind und wir cool sind. Dann gehen wir hier hoch und kratzen erstmal schön ab. Ich möchte die Schafe haben. Ich möchte ein eigenes Bett... Okay, kommst du? Ich möchte erst die Schafe töten. Schafe geben jetzt neuerdings Fleisch. Ja? Ach ja, stimmt. Also, vorne ist da noch die Stadterweiterung, was du gerade auf dem Schild gesehen hast. Du kannst aber auch zu uns... Äh, wer braucht ein Diorit? Du kannst in das Haus gehen und, äh, da nen, ähm... Und dir da dein Bett abholen. Oder... Ähm, oder du, äh, machst dir ein eigenes. Äh, wer braucht ein Diorit? Wozu? Auf dem Schild stand im Haupthaus, ähm... Wer Diorit hat, mir bitte geben. Ich brauche das. Regi braucht Diorit. Ach so. Okay, Regi ist auf. Ich nehm mir mein Kuschelbett mit. Ey, Jonas, ich hab was für dich. Warte, ich möchte mal kurz mein Kuschelbett mitnehmen. Was tue ich denn dafür raus? Bleib mal stehen. Hallo. Ist da was rausgekommen? Ich mau... Ich baue mir mal eben ein Bett. Obwohl, wir haben ja gar keine... Guck mal, guck mal, guck mal. Warte, warte, warte. Guck mal, ich hab ein Landschild. Guck mal, ich hab ein Landschild. Ach, ich hab gar kein Holz. Geil. Hier sind die Rüstungsständer. Hier ist Daniel. Wo ist der Eisenblock? Hallo, Daniel. Der Eisenblock ist futsch. Der hat sich immer geklaut. Regi wetten? Hier, guck mal, hier ist mein Rüstungsständer. Wie du es gleich auf sie schiebst. Ja, warte, ich muss mal eben anpflanzen. Stadtlager... Junge, das Feld ist voll groß. Wo habt ihr das gern alles? Das hat alles Regi gemacht. Krass, ey. Kannst mal eben anpflanzen, ich hab keine Hacke. Eine Spitzhacke? Warte, hinter dir, hier. Nee, nee, eine Hacke. Nee, hab ich nicht. Okay. Dann kannst du auch nicht anpflanzen. Okay. Ich brauch erstmal Holz. Boah, der wirklich scheiße. Boah, so der... Der geile Miene. Wow, Junge, was haben wir denn schon alles? Wir haben voll viel Essen. Nee, die Eier möchte ich behalten. Ich rieche den weg. Ich kann jetzt... Ich brauch mir schon mal ein Brot. Ich hab Dorit-Erz... Ich hab Dorit gefunden. Cool. Ich hab ein Brot. Ein Brot. Cool. Mhm. Ja, was macht ihr denn? Beitreten oder verlassen? Ich weiß es nicht. Darf ich hier die Bäume abbauen? Ja, aber alles immer wieder nachpflanzen. Ich hab Dorit. Soll ich das Reh gegeben? Nein. Ja. Ich brauch auch Dorit. Was denn? Ach, auch Dorit. Oh, noch ein Erfolg. Nicht so wie bei Skyblock. Ich hab ein Achievement. Weißt du noch, bei Skyblock die ganze Zeit... Wir sind so dumme und vergessen das einfachste Achievement. Ja, Leute, Skyblock kommt immer noch weiter. Aber... Ach so, genau. Ich wollte noch was sagen. Ich höre jetzt vorzeitig mit YouTube auf. Zwischendurch kommen ein paar Videos noch. Aber wenn ich in der 9. oder 10. bin, da geht's dann richtig los. Also, im Moment kommt jetzt so eine Pause, sag ich mal. Ich mach bei mir die ganze Zeit einfach wider. So. Ich muss jetzt erstmal mein Baumhaus hier gerade machen. Nein, das war falsch. Das kommt da hin, das kommt hier hin. Das kommt da hin, das kommt hier hin, das kommt da hin. Das kommt da hin. Jetzt hab ich kein Holz mehr. Ich hab ja ein Eisenschwert, also brauche ich gar kein Schwert. So, jetzt hab ich auch eine Axt und jetzt reicht es nicht mehr für eine Schaufel. Meine Axt ist kaputt. Du weißt schon, du brauchst ja keine Utensilien. Okay, du musst schon Utensilien sammeln, aber du brauchst nicht so mit Holz anfangen. Ich glaube, in der Gemeinschaftskiste ist noch genug Eisen, was du benutzen kannst. Glaube, ich weiß nicht. Nee, hier ist Kies, Ton, Türen, Bemoster, Bruchsteine. In wie vielen Dungeons wart ihr denn? Regi wollte das mitnehmen. Nee, da ist kein Eisen mehr. Aber ich weiß nicht, warum. Ich bewerf Regi jetzt. Also, ich mach mir jetzt erstmal eine Workbench. Dann mach ich mir erstmal jetzt hier eine... Mag? Ach ja, ich darf ja auch Regeln aufstellen, Leute. Ja, er ist ja jetzt König. Hm, für zwei Wochen. Aber ich überleg mir heute Abend mal Regeln. Ich werd ein fairer König sein. Nicht so wie Däner in Hibu. Wie Däner. Däner, der Diktator. Ich sammle ein paar Setzlinge. Wir müssen gleich mal schlafen. Ach ja, ich kann jetzt ein Bett bauen. Du hast doch ein Bett. Nee, hast du eine Werkbank da oben? Kann ich da mal eben was bauen? Mein Haus steht dir offen. Dankeschön. Aber erst pflanze ich unten noch Bäume. Mach das. Hoffentlich. Äh, wie viele, wie viele Setzlinge hast du? Jetzt gar keinen mehr. Okay, dann nehm ich mir mal kurz diese Setzlinge hier. Die hier standen. Dann baue ich jetzt hier mal einen Viererbaum hin. Dann haben wir noch so einen fetten Baum. Dann mache ich aus diesen Knochen hier Knochenmehl. Was wir bei Skyblock, was uns bei Skyblock ja fehlt. So, jetzt haben wir noch einen fetten Baum. Oh Junge, das sieht so krass aus. Da baue ich mich noch weiter mit drauf. Kann ich, solange ich noch kein Haus habe, hier oben wohnen? Du bist mein Gast, solange du keinen Raum hast. Kann ich hier nichts drauf bauen? Ach so, ja, genau. Warte, ich baue hier gerade mal die Bettetage. Hier hinten wird die Bettetage, wo wir Betten bauen können. Warte. Okay. Was? Was? Pennen oder die Nacht durchmachen. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, es ist wieder morgens. Oh, wir haben wieder aufgewacht. Das ist mein Bett. Das darf ich mir nicht klauen. Hatte ich mir nicht gerade Brot gemacht? Nee. Okay. Max. Oder wollen wir uns eine Baumhaus komplett, so eine komplette Gemeinschaft gründen, ohne dass du dir ein anderes Haus baust? Nee, nee, ich baue mir schon ein eigenes. Oh, ich habe einen Endermann gefunden. Ich gucke den mal nicht an. Der weiß noch, der Heilige, äh, der Stock, ne? Der Stock des Todes. Das war lustig. Was hat Regi denn hier neu gemacht? Max Aufgabentafel. Oh, ich darf selber Aufgaben machen. Cool. Ich überlege mir mal welche. T, ich überlege mir Aufgaben über die... Da unten ist ein Minender. Und Leute, die Folgen können auch so lange sein, wie man so machen will. Da gibt's kein Zeitlimit. Man kann offline was machen, muss dann aber in der nächsten Folge eine Zusammenfassung machen. Ich mache überhaupt kein Video. Ja. Ich nicht. Aber ich... Ich glaube, ich baue hier hinten die Bettetage. Ja, wir haben wie gesagt noch, ähm, den Marvin und die Franzi dabei. Aber die... Marvin habt ihr ja gerade gehört, aber wir wissen alle nicht, wo Franzi ist. Die Franzi, die ist toll. Ich kenne mich mit... Ich kenne mich gar nicht mit den neuen Sachen hier aus. Was ist das? Ist das Gravel? Nee, das ist kein Gravel. Was ist das? Theorit. Brauchst du das? Geil, ich sammle was für dich. Ich brauche was zu essen. Ich brauche Holz. Holz habe ich. Ich sammle gerade welches. Das doofe ist, ich brauche unverarbeitetes Holz. Das heißt auch, wenn man offline was machen kann, dass man farmen gehen kann, weil das ist ja nicht so interessant für euch. Nope. Ja. Nur die erste Folge farme ich jetzt auch ein bisschen halt was. Nur es ist halt die erste Folge, deswegen nehme ich es auf. Und hier kommt noch ein Baum hin. So. Ähm. So. Eine Spitake. Aus Stein. Ähm. Tschüssi. Der Baum ist in mir drin, ne? Jo. Was hast du getan? Einen Baum gebackt. Einen Baum gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich gucke, ob das auch so ein 4x4 Baum ist, der mega groß ist und ob man da sein Baumhaus hinbauen kann. Weil ich will mir ja so ein Mega-Baumhaus machen. Wie Unge. So, ich hab jetzt, ich hab jetzt eine Hole. Ich bin stolz auf dich. Das heißt, ich pflanze... Oh, danke schön. Ich find dich ganz gut. Das heißt, ich pflanze mal eben nach. Wir haben voll... Oh, wie viele Weizenkörner haben wir denn? Ich find dich ganz gut. Ich pflanze mal eben nach. Ich mach mir jetzt eine coole Brücke, die irgendwie voll unnötig ist, aber egal. Geil. Haben wir denn bis jetzt schon gut gemacht? Herr König. Ich bespreche dich jetzt immer mit Herr König an. Oh, danke schön. So, ich hab nachgepflanzt. So. Ich baue mir eine Königresidenz. Hi, Hun. Soll ich dir helfen, so ein Königshaus zu bauen? Wir können ein Königshaus bauen. Ja, mach ich aber... Stimmt, das ist eine voll die coole Idee. Mach ich aber irgendwann später. Mano. Mach das. Ich will, dass irgendwann da was rauskommt. Hühner aus den Eiern soll was schlüpfen. Das war ein Befehl von dem König. Ja, ja. Das war ein Befehl von dem König. Das müsst ihr jetzt machen. Hi, Hun. Magst du Weizenkörner? Ja, komm mal mit. Komm. Ich paare gerade unsere beiden Hühner. Komm. Such. Wieso hab ich... Esst die Weizenkörner. Komm, paart euch. Fries Weizen. Geh da rein. Blödes Ding. Boah, Junge. Ist dieses Huhn unfähig? Ja. So wie es aussieht. Paart euch doch. Da muss noch ein Holz hin. Ja, wir haben ein Babyhuhn. Ein Babyhuhn? Haben wir ein Babyhuhn? Ein Huhn aus Babylon. Oh, jetzt sind unsere beiden Hühner ausgeböxt. Hühner. Guck mal. Huhn. Huhn. Kommt. Hier rein. Hier rein. Guck mal. Hier ist schön. So, jetzt haben wir unsere Hühner wieder. Nur ein Huhn ist abgehauen. Dafür haben wir jetzt ein großes Huhn und ein Babyhuhn. Wie mache ich das eigentlich nicht? Neh, ich das jetzt. Nein, das Huhn! Wetten-Dings. Fertig. Huhn, guck mal. Ich brauche jetzt ganz viel Holz. Huhn, guck mal. Huhn! Regi? Fragenstechen? Huhn? Huhn? Hallo? Ich habe Regi Hallo geschrieben. Hühner? Max, ich komme zu dir. Da ist es kaputt. Ja, du musst dir... Schub sie mal rein, aber schlag die nicht. Ich habe da Blätter hingedacht. Jetzt mach zu. Warte, ich setze da Holz hin. Ja, warte, ich... Ja, ich bin's da eben schnell... Mach drauf. Hallo? Ha! Ich habe eine Idee. So, Leute, ihr seht jetzt mal eben Camtasia, um zu gucken, wie lange ich aufnehme auch. Ich würde sagen, wir beenden die erste Folge jetzt. Wie lange hast du schon aufgenommen? 19 Minuten. Cool. Bob. Mit den beiden Süßchen hier beenden wir jetzt die Folge. Ja, tschüss. Und, äh... Warte kurz. Max, beendet die Folge. Regi soll auch Tschüss sagen. Der Kleine heißt Bob. Bob. Der Kleine heißt Bob. Bob. Hi, Bob. Er hat ein Name-Tag gefunden. Bis zum nächsten Mal. Tschau.